Hübsche Möbel, einen Spiegelschrank, einen sehr noblen, muss ich fast sagen. Ich kann jemanden putzen, die Heimhilfe darf das nicht. Ach so? Ja, sonst, ich kann das auch nicht, das ist mir zu schwer. Bitte. So, hast du noch ein Glas zu meiner Dose Bier? Ja, gerne. Bitte Mutter, ja danke. Aber sieh sie eh einmal, genau, und rauchen würde ich dann später. Naja, während dem Essen rauchen, das ist nicht sehr geschmackig. Und das ziemt sich auch nicht. Ja, Mutter, was soll ich dafür erzählen? Ich muss noch sieben Jahre hageln gehen. Und dann kann mich der österreichische Arbeitsmarkt am Arsch lecken. Und dann kann ich auch hingehen. So. Was soll ich das gut sehen? Das ist zum Aufwohnen für das Licht. Was ist das Licht? Das wäre ein Akku ist das. Das ist ja ein kleines Handy. Das ist ja ein Kugelschreiber. Ein Kugelschreiber, was aber ein Handy auch so gleich ist. Ach so. So. Das ist ja schon was Altes. Ja. Ich trink doch auch, ich werde was. Das schaut doch leckerlich aus. Ich trink doch das Bier. Ich trink doch das Bier. Ich trinke zweimal einen Topping-Kaffee. Ich bin heute bis 11 Uhr gelegen. Er kommt zwischen 10 und 11 Uhr am Montag. Extra der Chef vom Back-Hotel. Und um 12 Uhr kommt die Heimhilfe am Montag. Ist das immer die gleiche oder ist das? Nein, ich habe schon 30 Kinder gelernt, aber so meistens habe ich eine ständige. Aber der andere frei hat ein paar Tage und der andere. Du bist jetzt taktisch abhängig, monatelange von der Heimhilfe. Ja. Aber wenn es besser wieder geht? Ich kann selber nicht mehr mehr Steben waschen, weil die Füße fangen zum Zittern an. Das geht nicht, Robert. Das tut mir eh die Keine. Du hast mehr oder weniger Parkinson. Parkinson. Parkinson im Erststadium. Im Erststadium, ja.